Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games auf der GOMA-HD-Server! Ja, geil. Wir sind heute gerade so Community-Runde und so. Hallo! 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 Schade, dass ich hier nichts abbauen kann. Oh, User, enter your channel! Hallo! Ich habe eine Axt. Ich bin gleich tot. Ich habe sie gerecht. Ich bin auch tot. Ich habe sie gerecht. Äh, Lescario, wenn du stehen darfst, kann ich dir Sachen geben. Wer bist du? Warte hier, ich komme aus dem Busch am Wasser. Hier ein Helm. Warte, hier. Oh, Steinspitzhache. Ja, ich feiere das so sehr. Okay, wenn du eine Axt hast, gib mir einfach die Axt. Ich habe eine Gold-Axt. Ja, gib für mir. Die ist nämlich besser als Steinspitzhache, das ich vielleicht weiß. Ja, ist besser. Ah, da ist sie ja angehört hier. Vorwärts! Warte, da war noch eine Kiste? Oh, die ist leer. Übernächstes. Ich stopp ab! 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 Oh, fuck, ich werde von hinten attackiert. Ja, wie geil ist das denn? Ich kille sie alle! Ich bin der Killer! Ich habe schon richtig die geile Rüstung. Oh, wie steht ein hier? Oh, wie steht ein verdammter dir? Äh, Silberfox? Ja. Bitte mich attackieren! Ja, aber ich hab dich gesehen! Spacko! Oh, Kulaki, was muss denn? Äh, kämpfen? Wieso aussieht, hast du eine Kuh verloren? Wieso verloren? Ich hab' gesagt, wie's aussieht, hast du eine Kuh geboren! Achso, klar! Badum! Badum! Zzzzz! Ich hab' eine kurze Frage an euch alle! Yo, you know what I'm saying like! Ähm, wenn ich jetzt einen, äh, würde ich einen Apfel esse, ja? Ja! Hab ich hier zwei Herzen dazu? Wenn ich jetzt noch einen esse, hab ich dann vier Herzen dazu? Nein! Schade! Er hast du ein zweites Schein-Shirt! Kommen wir zu euch rüber! Okay, wie viele leben noch? Okay, da ist die Frage! Stopp, Leute, Leute, Leute! Tommel muss noch getötet werden und dann Joach! Ne, Jonas gehört zu uns! Ja gut, dann Tommel und dann alle gehen alle, oder was? Ja! Okay, wo ist Tommel? Das ist jetzt die Frage! Okay! Kommel, schommel, kommel! Und mit Shay, der sehe ich einfach den Namen nicht! Schade aber auch, ey! Wer ist das? Oh, Halle! Den überfragt ja auch! Oh, da ist, da sind alle, oder? Ja, das sind wir! Fahne aber auch! Hallo, Kurt! Hallo! Hallo! Warte, ich hab' einen, äh, Helm für dich! Ich find' einfach den wirklich nicht! Dann nicht! Kein Helm für Lascario! Nee, jetzt laufen keine weg! Warte kurz! Wo ist dieser Trommel? Oder Trommel? Ah, da ist ne Kiste! Ja, wie super! Einer von euch ist in der Nähe! Wer denn? Ja, Lascario ist in der Nähe von Trommel! Ah, schon scheiße, ne, wenn ich alleine bin! Wo ist denn der? Ghosten! Bisschen, ne? Nicht ghosten! Nicht ghosten! No! Dude! Don't ghost at me! Wo ist denn der? Ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn! Ne, er ist schon ein bisschen weiter weg! Ne, er ist schon ein bisschen weiter weg! Das heißt, ich kann hier stehen bleiben und einfach zusehen! Ne! Alter! Was? Wo ist der denn? Komm, ich komm, ich komm! Da vorne ist es, oder? Der ist hier bei mir! Da vorne! Hilfe hat er ausgehalten! Ja! Hast du einen Harnisch? Ja, warte! Ich schmeiß' mal alles, was ich nicht brauch' dahin! Ups! Fuck! Gib mir meinen Fall wieder zurück! Ich will den Fall! Ich hab' den da hingeworfen! Dankeschön! Ich würde sagen! Ne? Aua! Ich volle, das hat mich selbst abgeschossen! Jetzt hab' ich auch keinen Fall mehr! Was? Okay, ich würd' sagen, wir töten uns noch vor dem Deathmatch, oder? Let's go! Alle auf alle! Was? Aber nicht zwei gegen eins! Ah, da seid ihr! Ey, Jonas! Ich kann dich nicht treffen! Hallo! Jonas, ich konnte dich nicht treffen! Okay... Ach, ich hab' das nicht aufgesehen! Meine Axt ist kaputt! Fuckin! Chicken! Oh! Meine Axt ist während dem Kampf kaputt geboren! Was ist das denn? Deathmatch! Meine Kampfbox! Meine Kampfbox! Okay, Jonas ist gleich tot, ne? Ja, aber Jonas kann man irgendwie nicht richtig treffen! Ja, ist echt so! Fox, töte sie! Töte sie! Töte sie! Die ist geschwächt wie sauernder! Welche haben wir noch welche? Welche haben wir noch welche? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft survival game sollte! Nicht shine, nein! Weil ihr das schon erwartet habt, aber das kommt sowieso heute auch noch! Also gibt es heute zwei Videos! Ha! Hallo! Hallo! Da haben wir die Kisten? Oh ja! Oh ja, oh! Ich hab nichts! Ich hab nichts! Ich hab nichts! Ich hab nichts! Ich hab' Schuhe! Ich hab' Schuhe! Vorwärts, Freunde! Vorwärts! Ich seh' euch nicht! Als wäre'd ihr Pferde, weißt du's! Höher! Boah, der Heine schluckt das gerade an, kann ich doch. So, geradeaus, geradeaus weiter. So, da vorne ist eine Kiste. Zwei sogar. Ne, gar nicht. Eine. Ey, Joach, geh weg! Meine Kiste! Weg! Piss! 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 Weg! Weg! Was willst du? Da war... da ist eins drin. Da war Flint drin. Das ist mein Flint. Weg! Weg! Weg da! Ey, Liscario, hier hast'n Hut. Ein Hut? Ein Hut und... Oh, dankeschön, sehr nett von dir. Weiter geht's. Wie seid ihr gerade? Äh, in-game. Witzig. Ja, ne? Ich bin fast schon bei dem... Oh Gott! Ich bin fast schon beim Oh Gott, okay. Entschuldigung, wurde gerade expliziert. Darf ich nicht mal Oh Gott sagen, oder was? Nein, da ist einer! Nein, da ist einer! Also... So, ich lauf' gerade hier die Stromspur des Zugesens lang. Ja, schön, ich hab' nur drei Pfeile, ey. Ich hab' gar keine Pfeile, sei mal froh, ey. Ich hab' auch keine, aber ich hab' ein Schwert. Ja, oder kann ich den in die Ecke schieben? Ich hab' gar nicht. Ich hab' fünf Pfeile, aber keinen Wogen. Ja, schön. Ich hab' ein Holzschwert, wie geil! Weiß jemand von euch irgendwie Jo oder was? User was moved out of your channel. Ja. Oh. Liskarö, ich hab' noch ne Hose für dich. Hey, Gamer! Ja, das bin ich. Ja, du bist ein Schwert oder was zu sagen. Wo seid ihr so ungefähr? Zug! Ich bin auf deinem Zug an. Ich bin in Deutschland. Ich bin beim Zug, und in Österreich. Tuk-Tuk! 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 Ich geh' mal zu Liskarö. Du Liskarö, ich komm' jetzt zu dir und hab' ne Hose, wenn du noch eine brauchst, ne? Ja, hab' ich auch gesehen. Oh, das ist Freunde! Ja, ich brauch' ne Hose. Ich hab' nämlich keinen Essen! Ich hab' gar nichts. Wo bist du? Am Zug? Ah, da unten. Meine Freunde. Ah, danke, ich hab' die Züche. Ich hab' dreieinhalb Herzen. Warte, hier! Hello! Da! Ich komm' jetzt nicht zu. Ich komm' jetzt zum Zug. Oh, der! Ab zum Zug! Wie mit Pferden! Hörbärtchen! Ab's da los! Hey, ja! Wenn ihr einen Phil Gamer seht, bitte nicht killen, okay? Ja. Hast du Essen? Okay, dann krieg ich ihn. Ja, ich hab' Essen. Oh, ja, ich hab' schon viel Essen mehr. Okay, wo seid ihr jetzt? Ich bin am Zug. Was ist am Bahnhof? Ich bin auch beim Bahnhof. Da vorne. Ich hab' gesagt. Ich bin beim Bahnhof. Falsch da raus. Ich nehm' gerade auf. Dankeschön. Was? Also so? Ja, ich nehm' gerade das Survival-Games auf. Danke. Okay. Hey! Mach' doch mit, Rudi! Hey! Ich hab' grad' eben schon aufgehend. Ich hab' grad' eben schon aufgehend. Warum denn? Ich werd' vielleicht zweimal da essen. Das ist so crazy. Aua! Da, da ist's. Crazy, der ist von uns. Ja. Ah, äh, hier ist ein Team. Ecker, ich bin der Acht. Ich bin der Acht. Ja klar, ich bin der Acht. Ja klar. Ich hab' noch einer noch aufgehend. Und dieser Lacke hat hier? Nee, gut, nicht so, oder? Ah, ich bin tot. Auf Gummel. Aber ich, ich rege, wenn ich sterbe. Also, Nescario, bei dir in der Nähe ist ein Team. Brauch's mich, dass du mir das jetzt erst sagst, yo? Ich bin tot. Die haben mich getötet. Ja, nicht mein Problem, yo. Die dürften auf der anderen Seite vom Haus sein. Was? Ihr Eisenbuch. Ja, ja. Erwenz. Ich bin schneller als alle anderen, yo. Ist so. Gelb. Hey, da sind zwei Kisten, die sind sicher schon leer, 100%. Wo ist das? Seid ihr denn? Bahnhof. Am Flughafen. Den kann ich leider doch mal vergeben. Ich bin am Flughafen. Es ist voll. Ich bin sogar noch voll, Alter, wie geil. Die Blitze sind einfach viel zu laut. Was ist das denn für ein Scheiße? Ich schwebe über die Skar. Ich muss sie leicht zerstellen. Rein da. Durch da. Link. Da ist doch keine Kiste gewesen. Auch da. Da drüben muss auch eine Kiste sein. Da war... Oh, da ist sogar eine, jo. Ist leer. Nein. Wenn du da runter gehst, musst du da eigentlich auch eine sein. Du Mann, ich komm nicht mehr rein. Ja, eben nicht, Udi. Hier ist eine. Wenn du da mal hoch gehst. Gesundheit, young girl. Gesundheit. Auf dem anderen Dach da. Ja, genau dann. Lara, da hinten ist Renner. Renner, zu Hause rein. Okay. Poste mal nicht. Ich will aber erst mal einen Schwerfer zaubern. Da! Da! Lara! Oh, schnell! Nein, Moment! Ich komm zu dir und hinter mir sind zwei Leute, ne? Oh, jo. Ich hab beide getötet. Zu Lara. Ja, geil. Lara Croft! In der Joker, ich hab beide getötet. Ja? Ja. Oh, lol. Ich mein, einfach richtig schlecht. Hm. Hast du das? Kann ich einen Steinschwert oder? Hast du eins? Ich hab nen Zeit, das. Hab ich einen Steinschwert? Nee, ich hab nen Holzschwert. Guck mal hier in den Sachen. Hab ihm alles hingeworfen. Und weiter! Und geradeaus! Und nach links und nach rechts und dann... Was der fuck ist los? Warte, hier noch einen Eisenharnisch. Und Eisenhosen. Da fug? Biscafio? Was denn? Kannst du mal stehen bleiben jetzt? Kannst du mal stehen bleiben jetzt? Kannst du essen noch? Ich möchte ein Zuin machen. Kannst du danach dann machen. Hä? Kannst du noch mal essen? Ich hab genug essen. Ah, Silver Fox. Ja, warte, warte, hier. Pass auf, da ist... Ah ne, das ist Lara. Er hat nur noch zu viert. Lara Croft wartet auf mich am Sport. Lara Croft. Oh, Deathmatch. Und... Jetzt ist Deathmatch. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich! Ja, du bist doch noch der mit der schlechtesten Rüstung! Ja. Ich wusste es, aber trotzdem haben wir lange überlebt. Alter, das kann ich jetzt schlagen! Stirb! 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 Das war... Ne geile Runde! Geil, geil, geil! Leul ich überlebe, ja geil! Da-da-da-da-da-da-da-da! Ich hab noch ein paar Sekunden, komm! Ein paar Sekunden hab ich noch! Ja, ich schwimme rauf! Hallo! Ja, ich schwimme rauf! Ja, ich schwimme rauf! Ich schwimme rauf!